so da sind wir wieder das heißt neuer schwung neues thema und wir waren eben stehen geblieben mit diesen hauptfunktionen aus der thermisch hücrischen ecke also wärme feuchteschutz und das was wir ihnen jetzt immer so punktuell schon mal mitgeben wollen sind einige grundbegriffe würde ich mal nennen zum bereich der tragwerkslehre ohne jetzt darauf einzugehen wie man das ganze dann statisch bemisst wie man das hinsichtlich materialwahl bemisst wir hatten das letzte mal schon gesehen in der geschichte der baukonstruktion dass es da diese grundsysteme gibt und letzten endes ist das auch etwas was dann was sie vereinfacht oder verfeinert je nachdem wiederfinden wenn sie sich verschiedene grundtrag elemente anschauen wir haben zum beispiel den ganzen großen bereich der balken tragwerke das ist jetzt links oben abbildung 11a ist ein der klassische balken auf zwei stützen das holzbrett auf zwei auflagern der stahlbetonunterzug auf zwei auflagern die stahlstütze die der stahlträger auf zwei stützen das heißt ein sogenanntes statisch bestimmtes system sie werden die symbole noch kennenlernen diese drei ecke die dann entweder dafür stehen wir jetzt hier links dass ich eine kraft aufnehmen kann in vertikaler und in horizontaler ebene und wir sehen links das symbol mit dem strich drunter das wäre ein auflager das nur vertikale kräfte aufnehmen kann ansonsten gleitend ist und ja immer immer das thema statik welt schon teilweise angestimmt und da wurden die auflage kräfte dann über los und festlager bestimmt ist das sind die begriffe hier auch fest oder los und festlager ist ein üblicher begriff oder sind übliche begriffe also da müssen sich jetzt nicht ein neues vokabular aneignen es gibt natürlich für gewisse begriffe auch synonyme oder genauso gebräuchliche begriffe aber das werden sie dann bei herrn hofmann auch erfahren aber an sich sind die begriffe auch gleich mit denen die sie dann schon kennen also wie gesagt das hier ist jetzt keine statik vorlesung so dass sie noch mehr statik haben sondern geht nur um die grundbegriffe insofern dieser linkere linke balken auf zwei stützen das ist das einfachste statisch bestimmte system was auch immer das heißt das werden sie dann sehen und dann kann ich das verfeinern dadurch dass ich in die mitte auch noch ein ein zusätzliches auflager bringe der balken aber durchläuft dann ist es ein durchlauf träger oder ein zweifeld träger weil es zwei felder sind und das wäre dann schon ein so genanntes statisch unbestimmtes system oder überbestimmtes system weil ich habe eigentlich ein auflager zu viel weil ich bräuchte das mittlere auflager nicht ich kann das rechte auflager wegnehmen ich kann das linke auflager wegnehmen dann habe ich einen balken mit einem krag arm das ganze ding wird immer noch nicht zusammenstürzen insofern habe ich ein auflager mehr eine auflager kraft zu viel und dann ist es ein statisch unbestimmtes system was dann auch ein typisches verformungsbild ergeben wird wie jetzt hier auch schon so dargestellt also so wird sich das ding verformen wenn ich eine strecken last aufbringe und hier wird sich das system dann entsprechend anders verformen ich habe wenn es symmetrisch ist in der mitte und das auflager genau in der mitte ist und der balken der klatten gleichen querschnitt hat in der mitte keine verdrehung des systems sondern ich habe hier in der mitte ist es horizontal der balken dann neigt er sich etwas und ich habe dann hier am auflager jeweils auch eine verdrehung der stab achse weil ich das ja nicht starr festhalte sondern da ist ja nur ein auflager dann kann sich das brett wenn sie so wollen genauso verdrehen wie hier oben bei dem statisch bestimmten system daraus kann man mathematisch einiges tolles zaubern das hat ihnen der hofmann glaube ich im kickoff camp schon gesagt über irgendwelche ableitungen und integrationen von funktionen kann ich mir aus der belastungsfunktion verschiedene andere funktionen ableiten oder integrieren die verformungskurve zum beispiel und dann die verschiedenen kräfte die innerhalb dieses balkens dann auftreten werden aber das thematisieren sie dann eben in der statik und wenn ich jetzt dieses mittlere auflager weg nehme dann kann ich es ersetzen durch so ein ein seil fachwerk dass ich hier in der mitte quasi so ein stab drunter hänge und hier zum beispiel ein ein zug seil habe also ein system was nur zug kräfte aufnehmen kann ich hoffe dass sie sich das vorstellen können auch mit den beschränkten grafischen möglichkeiten die ich so habe und dann kann ich quasi auch den balken unterstützen in der mitte durch so ein ein seil fachwerk macht man im bereich der dachstühle zum beispiel gerne dass die spannweite für so einen einfällt träger der es ja ansonsten wäre zu groß ist der querschnitt würde zu dick und dann unterstütze ich den aber dann setze ich da keine wand hin sondern ich baue dann so ein eine unterstützung eine unterspannung letzten endes drunter und erreiche so dass und das ist jetzt so ein bisschen der unterschied dass schon ein zusammengesetztes system ist weil eigentlich habe ich hier wieder diesen durch laufträger also wenn ich den balken für sich betrachte ist das wieder so ein zweifeld system und dann habe ich hier einen druckstab als unterstützung und hier habe ich ein zugstab und das sind wiederum statisch bestimmte systeme und so kann ich dann dieses ist das auch im übergang wenn man so will hin zu einem gebräuchlicheren begriff den sie vielleicht kennen und das ist das fachwerk fachwerkhaus werden sie gehört oder schon mal ja gesehen haben denke ich mal im bereich von brücken konstruktionen finden sie fachwerke und das ist das was jetzt hier letzten endes auch dargestellt ist das heißt in der regel sind an diesen knoten überall gelenke auch wenn man die vielleicht nicht sieht und dazwischen befinden sich zug oder druckstäbe je nachdem wie ich das anordnen und wenn ich das system so ausbilde wie es hier dargestellt ist dann ist das eigentlich eine verfeinerung von dem system 11c was darüber ist ja nur dass ich hier also sie erkennen hier vielleicht das system von oben wieder sie haben dann wieder diese zug diagonalen und den druckstab in der mitte und so geht das ganze dann weiter und wenn ich jetzt das ganze mal farblich trennen und sagt das hier sind druckkräfte zum beispiel und das sind zugkräfte hier dann kann ich das so nach außen weiterleiten das heißt all diese diagonalen hier werden zugkräfte aufweisen die frage ist dann noch was mit den stäben hier ist ja da werden wir dann auch oder werden sie in statik dann drüber reden ob da überhaupt noch was ist werden sie dann sehen in der regel schon und dazwischen sind druckstäbe aufgebaut und ich habe quasi das system von oben so ein bisschen aufgefächert ein bisschen erweitert ich kann das ganze aber auch ich kann sozusagen weiter weg gehen von diesem fachwerk und sagen naja gut insgesamt betrachtet ist das jetzt aber eigentlich wieder nichts anderes als ein balken auf zwei stützen also wenn das fachwerk innen funktioniert ich habe zwei auflagerkräfte links und rechts in vertikaler richtung ist das eigentlich genau das gleiche wie hier oben auch balken auf zwei stützen nur dass ich den aufgelöst habe und daraus ein fachwerk gemacht habe und so ist dann auch so ein bisschen die die geschichte der bemessung zum beispiel von stahlbeton konstruktionen auch entstanden dass man vielleicht einen stahlbeton unterzug hat so wie diese 11a ein stahlbeton balken stahlbeton oder beton kann prima druckkräfte aufnehmen aber ganz bescheiden sagen wir mal zugkräfte aufnehmen eigentlich keine und für die zugkräfte brauche ich dann den bewährungsstahl das heißt sie werden sehen dass sie im stahlbetonbau eigentlich die zugkräfte ersetzen müssen durch zugstangen und das sind die bewährungsstähle und wenn wir jetzt hier eigentlich gesehen haben dass wir hier diese zugkräfte haben naja dann wäre es eigentlich naheliegend da wo jetzt hier so zug diagonalen sind bewährungsstäbe anzuordnen und das kann man auch machen das wird man bei großen stahlbeton balken eben auch machen in der regel ordnet man die nicht schräg an sondern vertikal an und dann sind das wenn sie schon mal eine baustelle irgendwie gesehen haben wo so ein bewährungskorb geflochten wird dann sind das die bügel ja und die müssen bestimmte kräfte aufnehmen und das sind dann die querkräfte quer zur stabachse letzten endes also es steckt irgendwie auch sowas wie ein fachwerk in einem stahlbeton balken drin weil stahlbeton oder beton eben keine zugkräfte aufnehmen kann und ich für den zug ein anderes material verwende also sie sehen man kann das eine system in ein anderes überführen je nachdem was mich interessiert wenn mich beim fachwerk das fachwerk selber nicht interessiert und es mir nur um die auflagerkräfte geht dann lasse ich es weg ja dann brauche ich nicht weiter zu betrachten und ich gucke mir nur die auflagerkräfte an wenn es also um eine brücke geht wo sie jetzt erstmal ein wieder lager interessiert wie hoch ist da die auflagerkraft dann interessiert mich die brücke an sich nicht wenn mich bei einem gebäude nur interessiert wie die gründung funktioniert dann interessiert mich nicht wie die decke bemessen wird ich rechne das gesamtgewicht des hauses runter gucke wie die lasten laufen und dann habe ich relativ schnell die auflagerkräfte unten im bereich der gründung also es ist immer die frage wie nah gehe ich rein wie weit gehe ich weg was interessiert mich jetzt also fachwerk ein weiteres prinzip und jetzt gibt es noch abwandlungen dazu 11e ist auch so bezeichnet hier unten das ist das spannseil oder ein seil generell kennzeichen vom seil ist dass es nur kräfte auf nur zugkräfte aufnehmen kann in seilrichtung ja und das ist auch was ganz praktisches nämlich das seil wird sich immer so verformen dass es quasi auch immer dann zu reinen zugkräften führt also wenn sie jetzt hier zum beispiel eine last draufsetzen stellen sie sich vor sie halten ein seil zwischen oder einen faden zwischen zwei fingern sie üben eine kraft aus dann wird sich das seil so verformen und so weit nach unten durch drücken wenn man so will mit einem knick bis wieder reine zugkräfte in dem seil drin stecken oder auch ein reines zugkraft system sind die fahrrad speichen an einem rad also wenn sie es noch nicht wussten diese speichen oder diese kleinen metall äh stäbe seile sind es eigentlich zack 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 die übertragen keine druckkräfte sondern zugkräfte ja deswegen müssen die auch damit sich das ding nicht unnötig verformt auch vorgespannt werden etwas und wenn sie überall gleichmäßig zug aufbringen dann entwickelt sich auch was ganz faszinierendes dass nämlich außen dieser ring wenn sie sich vorstellen sie ziehen immer weiter in dieser mitte dann entstehen entsteht ein druckring außenrum ja der muss relativ massiv sein um eben auch diese druckkräfte kurz zu schließen ja wenn ich einen ring ausbilde dann stabilisiert er sich selber und diese speichen die stehen unter zugspannung das heißt wenn ich jetzt einen rollenden reifen auf einem untergrund habe und ich kann jetzt hier keine druckkräfte übertragen dann überträgt sich die zugkraft durch die stäbe die oben liegen also in der zugzone liegen die kräfte wandern über den druckring bis zu den zugstäben die oben liegen und dann erst in die in die in die achse des rades hinein so funktioniert ein fahrrad reifen so wenn sie sich jetzt vorstellen sie bauen so ein fahrrad reifen aus und drehen den mal um 90 grad und halten den horizontal dann ist der recht stabil ja also da hängt dann der ring außenrum nicht besonders weit runter die felge sondern das bleibt eigentlich schön waagerechte geschichte das heißt stadion dächer können nach dem gleichen prinzip funktionieren weiß nicht wer von ihnen vielleicht das fußballstadion in frankfurt kennt mit dem würfel in der mitte das an seilen hängt das ist genau das gleiche prinzip ja sie haben diesen diesen fernseh würfel in der mitte der hängt an seilen dran die gespannt sind und außenrum ist ein großes fachwerk wenn sie sich das mal anschauen dann vor ort das ist ein großes fachwerk eine stahlkonstruktion das ist ihr druckring das ist nichts das gleiche prinzip wie ein fahrrad reifen ja sie haben hier zug sie haben den druckring und der druckring sollte aus statischen gründen geschlossen sein dann funktioniert der super gleiches prinzip zugseile in der mitte eine last sie können das stadion dach zu fahren dann haben sie noch mehr last regenlast schneelast und so weiter also das ist relativ also sehr stabil je mehr zugkraft ich als vorspannung in dieses system bringe das ist dann eher eine frage der bautechnik der umsetzung das muss ich natürlich relativ gleichmäßig machen am besten immer gegenüberliegend spannen sonst verformt sich das ganze system sehr ungünstig desto stabiler ist das ganze das hat natürlich grenzen im bereich des druckrings außenrum welche tragelemente habe ich ich habe das zugseil ich habe ein fachwerk außenrum einfache grundelemente ja das heißt natürlich ist das jetzt irgendwie nicht nicht pille palle und sie können stadion dach bemessen weil das ganze dann auch mit bautechnik vorspannung und so weiter verformungs berechnung temperaturspannungen müssen sie berücksichtigen was passiert wenn das ding warm wird was passiert wenn es sich zusammensetzt kann das in schwingungen geraten wenn der wind darüber streicht all das muss ich ja untersuchen was passiert wenn durch schneeverwehungen zum beispiel mehr schneelasten hier hinten liegen als hier wenn ich also so eine außermittige belastung habe wie reagiert dann so ein system also es ist schon komplex so ein stadion dach zu gemessen aber von den grundelementen ist es das gleiche wie ein fahrradreifen und das kann ich wieder auflösen in zugseile und ein druckfachwerk oder ein druckring und wenn ich jetzt zum beispiel hingehe und sage ich schneide jetzt mal hier so ein element raus dann habe ich eigentlich nichts anderes als eine eine zugkraft die an meinem knoten zieht und ich brauche druckkräfte die nicht senkrecht dazu stehen weil sonst wäre das system verschieblich was dann sozusagen den knoten in ruhe lässt oder in ruhe hält das muss sich im kleinen im gleichgewicht befinden genauso wie im großen ganzen und wenn sich das im großen ganzen im gleichgewicht befindet dann ist es in sich quasi ein geschlossenes system also nur als kleiner als kleiner ausblick was sie da alles erwartet es mag kompliziert erscheinen die kunst das know how und die erfahrung besteht letzten endes darin die teil systeme im großen ganzen zu sehen und zu definieren das üben wir auch ein bisschen mit im bauprojekt dass wir auch da sie mal die teil systeme suchen lassen je komplexer das bauwerk wird desto mehr teil systeme tauchen natürlich auf oder je mehr freiheit desto mehr freiheit haben sie auch zu sagen wenn wir uns jetzt zum beispiel eine halle angucken ein hallentragwerk ein querschnitt das ist ihre entscheidung als tragwerksplaner ob sie also welchen rahmen sie ausbilden ja wenn ich ein rahmensystem für eine halle baue dann kann ich das machen wie links oben also ich sage ich habe eine stütze und die stütze ist eingespannt ja ein stab der in der erde steckt und hier ist nochmal das gleiche und dazwischen lege ich wieder mit gelenken verbunden balken auf zwei stützen kann ich so machen ich kann aber auch sagen ich sorge dafür dass der gesamte rahmen in sich stabil ist und auf zwei stützen liegt und das ist dann eigentlich wieder nichts anderes als balken auf zwei stützen insgesamt aber betrachtet oder ich sage ich löse das auf und mache ein so eine art fachwerk draus indem ich sage okay eigentlich ist das was dahinter steckt sowas hier ich habe oben ein gelenk ich habe hier ein gelenk und hier ein gelenk nur dass der stab links und rechts nicht so gerade läuft wie hier ich mache da einen knick rein und habe dann wieder mein hallentragwerk und habe dann wieder mein hallentragwerk Teilsysteme eigentlich ein schräger oder ein fachwerk eigentlich ein drei bock wenn man so will das heißt einen knoten den oberen knoten kann ich durch Anschluss von zwei stäben die nicht parallel sind halten fixieren das ganze hätten sie vielleicht eventuell in der Vektorrechnung in der Mathematik schon mal haben können für die Angabe eines Punktes im zweidimensionalen Raum brauchen sie zwei Koordinaten x und y das heißt ich brauche damit der Punkt sich nicht bewegt zwei verschiedene Vektoren die diesen Punkt definieren dann habe ich den Punkt fixiert eindeutig fixiert er ist nicht beweglich und im dreidimensionalen Raum brauche ich drei Koordinaten insofern wenn ich ein dreidimensionales Fachwerk habe müssen an einen Knoten drei Stäbe anschließen dann bewegt er sich nicht oder ein Stuhl mit drei Füßen mit drei Beinen wird nie kippeln wird nie wackeln egal wo sie hinstellen ein Stuhl ein Hocker mit drei Füßen wird nicht wackeln warum drei Vektoren die einen Punkt definieren sind statisch bestimmt da kommt es zu keinen Konflikten und bei einem Stuhl heißt dass der wackelt und er könnte wackeln mit vier Füßen dann kann ein Stuhl wackeln also das hier ist ihre Entscheidung wie dieses Hallentragwerk aussieht oder ob sie auch so eine so eine gesamte Kiste bauen die ist im Vergleich zur 12b steifer in sich ja also die Verformungen für dieses Quadrat für dieses Rechteck sind noch schwieriger als für das System 12b das kann man sich vorstellen wenn ich hier zum Beispiel eine Kraft ausübe im Fußbereich ja dann würde sich das System an den Punkt verschieben wollen ja da muss dann die innere Kraft groß genug sein wenn sich das Ding verschiebt ja wie würde sich das System verformen so in etwa wird sich übertrieben gesagt verformen also wenn man sich die Verformungsfigur vorstellt dann kann man daraus auch schon qualitativ ableiten welche inneren Kräfte auftreten ja wenn sich ein Stab zum Beispiel so verformt dann wird der auf der äußeren Seite hier gezogen und auf der inneren Seite gedrückt ja so wird sich der Stab verformen wollen unter dieser Lasteinwirkung und dann muss ich verhindern dass der bricht entweder kann das das Material selber schon wenn sie jetzt ein Stahl Profil zum Beispiel wählen oder ein Holz Profil das kann Zugkräfte aufnehmen wenn es ein Stahlbeton Rahmen wäre zum Beispiel müsste da wieder Bewährung rein ja um diese Zugkraft aufzunehmen letzten Endes dann muss diese Ecke hier oben die muss biege steif sein ja wenn ich da ein Gelenk einbauen würde wenn wir das mal umzeichnen und sagen wir haben ein System mit einem Gelenk hier einem Gelenk da und so einem Verlauf und ich hätte hier unten ein Auflager was verschiebbar wäre was gleitend wäre dann wäre das ein System was nicht funktioniert weil wenn ich jetzt hier drücken würde dann hätte ich keinen Widerstand ja der Stab würde sich verformen ohne Widerstand und ich würde die Stabilität verlieren das heißt entweder ich muss aus dem Auflager ein Festlager machen dann geht die Kraft direkt in das Auflager rein und gar nicht mehr in den Stab oder ich muss eben sagen die Ecke hier oben ist biegesteif und da ist kein Gelenk so wie in dem eigentlichen Bild und wenn ich sage das ist biegesteif da oben dann muss die Kraft um die Ecke kommen können die Ecke muss stark genug sein das umlenken zu können diesen internen Kraftfluss das ist wieder ein konstruktives Thema dann für die Bemessungsfächer im Stahlbau wie sieht eine Rahmenecke im Stahlbau aus wie sieht eine Rahmenecke im Holzbau aus wie sieht eine Rahmenecke im Stahlbetonbau aus und aus der Statik kommen die Kräfte die dann da um die Ecke geführt werden müssen so hängt das immer zusammen und die Grundsysteme es gibt die die Balkensysteme es gibt die Fachwerkssysteme es gibt die Rahmensysteme wie hier dargestellt unten dargestellt schon Verformungen jetzt wenn ich eine Kraft auswirke oder einwirke und je verwundener sozusagen eine Struktur ist also vergleichen Sie das Bild links oben mal mit dem rechts unten in dem links oben Bild muss die gesamte Verformungsarbeit aufgenommen werden können durch die Stützen rechts unten arbeiten die Riegel mit also die horizontalen Tragelemente das heißt dass das vom statischen System ist das rechte untere System steifer ja es kann mehr innere Arbeit aufnehmen ob das Material auch dazu in der Lage ist müssen Sie dann bemessen und das ist sozusagen dann das Know-how der der kreative Prozess im Bereich der Tragwerksplanung weil der Bauherr sagt ist mir doch egal ich brauche eine Halle ja wie du die machst ist mir völlig egal und der kreative Prozess ist dann zu sagen was ist vielleicht die materialsparendste Bauweise für so eine Halle und das hängt von den Stützweiten zum Beispiel ab von den Lasten ab das ist dann eben der kreative Job im Bereich der Tragwerksplanung wenn wir jetzt mal weggehen von den stabartigen Systemen bislang haben wir immer über Stäbe gesprochen und gehen zu den Flächensystemen dann ist sicherlich das einfachste System oder die zwei einfachsten Systeme ist dann entweder die Platte also das Flächenelement was Kräfte aufnimmt senkrecht zur Plattenebene dann spreche ich von einer Platte oder eine Scheibe ist auch ein Flächenelement und eine Scheibe nimmt überwiegend Kräfte auf parallel zur Ebene das heißt nicht dass das jeweilige Element keine Kräfte in die andere Richtung aufnehmen kann es geht darum welche Kräfte überwiegend übertragen werden können das heißt eine Wand und das wäre links unten das Scheibenelement kann auch als Platte wirken wenn es um Wind- oder Erddruckkräfte geht ja dann habe ich ja auch Kräfte die senkrecht zur Plattenebene zur Scheibenebene stehen und umgekehrt auch also es ist dann mehr eine Frage welche Kräfte betrachte ich jetzt gerade welches System untersuche ich um dann zum Beispiel zu berechnen wie viel Bewährung drin liegt oder wie dick meine Holzbalken sein müssen oder sonst was und jetzt kann ich das wieder aufteilen oder kleinteiliger machen ich kann zum Beispiel sagen ich baue jetzt solche solche Unterzüge da ein solche Balken ein und lege da drüber dann eine Platte vielleicht als Durchlaufsystem und wenn man das in die jeweilige Richtung jetzt erstmal durchdenkt und sich anschaut wie ist der Lastfluss dann kann ich sagen okay mein erstes System wenn ich jetzt Lasten abtragen will die zum Beispiel Nutzlasten auf einer Decke sind oder das Eigengewicht dann habe ich hier als Deckenplatte einen Durchlaufträger ja ich könnte ja so einen Meter da rausschneiden und dann habe ich genau das gleiche was ich da hatte ja wenn ich quasi nur so einen Streifen rausschneide und sage meine Auflager ist jetzt keine Wand sondern das sind Stahlbetonbalken als Auflager und wenn ich dann eine Ebene weiter gehe das rote System ist dann vielleicht wieder ein Balken auf zwei Stützen das heißt auch hier löst sich das Tragwerk bestehend aus einer aus einer Deckenplatte und Unterzügen auf in zwei Teilsysteme Durchlaufträger und ein Einfeldträger das kann ich jetzt getrennt berechnen von Hand und das hält auch dafür gibt es Bemessungsregeln ich kann diese Balken die hier rot gezeichnet sind auch nach oben klappen ja dann habe ich hier so was dann habe ich einen Überzug weil er über der Deckenplatte hängt die Deckenplatte hängt dann da dran ja so alleine ist noch kein System sondern hier kommt dann auch wieder vielleicht so ein Überzug und so weiter könnte so weiter gehen dann hätte ich eine Deckenplatte als Durchlaufträger ja hier hatte ich die Auflager läuft durch und das rote wäre wieder mein Balken vielleicht auf zwei Stützen und die Deckenplatte hängt am Überzug dran das heißt ich habe da wieder Kräfte Zugkräfte die nach oben gehangen werden müssen das kann der Beton nicht dafür brauche ich Stahl das nennt sich Bewährungsstahl das heißt sie nehmen die Auflagerkraft teilen das durch die zulässige oder aufnehmbare Spannung von Stahl und wissen wie viel Quadratzentimeter Bewährungsbügel da rein müssen also relativ simpel eigentlich Kunst besteht jetzt darin das System so festzulegen weil der Bauherr gibt ihnen das nicht vor und der Architekt auch nicht und das kann ich dann weiter auflösen zu so einem sogenannten Trägerrost also querlaufende Balken die vielleicht dann nur an den Rändern hier aufliegen ja und sich sozusagen gegenseitig stützen so dass ich sowas wie ja ein Rost oder Netzsystem wo dann eine Deckenplatte drauf liegt oder ein Flachdach drauf liegt das hat jetzt sozusagen die gleiche Hierarchie oder Ebene ich kann das aber auch auflösen und kann sagen okay ich habe vielleicht ich habe einen Hauptträger Hauptträger und auf dem Hauptträger liegen Nebenträger drauf ja das grüne System liegt auf dem roten drauf dann würde ich vielleicht von von einem Träger sprechen bei dem roten und bei dem grünen von fetten wenn es ein Dach ist also fette und so kann ich definieren als Tragwerksplaner welches System ist denn jetzt aus meiner Sicht das naheliegende das erprobte das günstigste das wirtschaftlichste wie auch immer und definiere dann aus der aus der Ziel Nutzung heraus aus der Raumgliederung die vom Architekten kommt interpretiere ich oder definiere ich mein Tragwerk in den Entwurf hinein und entscheide was sind jetzt tragende Wände wann wirkt eine Platte als Platte wann brauche ich die als Platte wann brauche ich die als Scheibe wenn es um die Aussteifung zum Beispiel geht wann brauche ich bei Wänden auch eine Scheibenwirkung wenn es um die Aussteifung geht das ist dann Job der Tragwerksplanung oder des Tragwerksplaners der Tragwerksplanerin und jetzt würde ich mal behaupten mit den Elementen die sie hier sehen decken sie 95% der Aufgaben im Bereich der Tragwerksplanung ab also vom angefangen einfachen Einfamilienhaus bis hin zu einem großen Bürogebäude sie können das mit den Elementen rechnen die hier verzeichnet sind ein Seil werden sie relativ wenig brauchen wenn es jetzt in Bürogebäude geht das brauchen sie dann vielleicht mehr im Hallenbau zur Aussteifung wieder der Wände das werden sie aber im Stahlbau dann besprechen und so muss man das auch immer ja ich habe ja auch mal studiert und man droht dann irgendwann den Überblick zu verlieren wenn man vor lauter Zahlen im Bereich der Statik keine Ahnung mehr hat wo man gerade unterwegs ist immer einen Schritt zurück gehen und sagen was untersuche ich hier alles was will ich eigentlich damit machen weil oft ist es nur ein hineinzoomen sozusagen wenn man jetzt an die Fachwerkbemessung geht und sagt mich interessieren jetzt erstmal nur weiß ich nicht vielleicht der Knoten hier unten interessiert mich und ich will wissen welche Kräfte kommen da an immer auch das große Ganze vielleicht im Blick halten es geht um Balken auf Stützen wozu mache ich das Ganze wie könnte sowas auch in der Realität aussehen das hilft dann auch so ein bisschen den Überblick zu behalten mehr ist es nicht aus den Grundelementen besteht ihr überwiegender Teil der Tragwerksplanung was keinerlei Verharmlosung ist um Gottes Willen das wird schon noch detailliert genug wenn es dann darum geht wie stelle ich denn ein Gelenk her im Bereich Stahlbetonbau wie bilde ich ein Gelenk aus und wann bilde ich eine biegesteife Ecke aus das wird dann schon noch konkret genug was dann alles auch ihr Job ist das ist so das sind die Grundtrag Elemente und jetzt geht das ein bisschen ins ins Detail und das würden wir auch zurückstellen und dann nochmal wieder punktuell da rein springen nämlich dann wenn sie ihr Bauprojekt haben werden wir uns anschauen okay wie hängen da die Plattensysteme da mit drin was verwenden sie eine Vollplatte oder eine Stabschar also ein Unterzugssystem mit einer übergelaufen oder überlaufenden Platte drüber laufenden Platte also da gibt es dann verschiedene konkrete Ausbildungsformen je nach Aufgabe also man wird sicherlich ein Einfamilienhaus nicht ausbilden wie jetzt links unten die Abbildung weil die Spannweiten einfach nicht groß genug sind um so ein System effizient zu machen genauso werden wir dann im Bereich der Axial beanspruchten Tragwerke nochmal einsteigen da gibt es dann eben verschiedene Übergänge und das ist finde ich auch immer ganz interessant sich das vor Augen zu halten dass man eigentlich an einer beliebigen Stelle starten kann und sagen kann okay ich kann bei der Stütze starten dann teile ich die Stütze auf die wird dann quasi ersetzt durch diesen Drei-Bock den wir im Bereich der Rahmen schon mal hatten da entspricht dann sicherlich die die Normalkraft also die Druckkraft in den beiden Teilstäben wenn die noch sehr eng sind sicherlich der Druckkraft näherungsweise bei der Einzelstütze und je weiter ich jetzt auseinandergehe desto größer werden das kann man sich glaube ich ganz gut vorstellen die Druckkräfte in diesen Diagonalen je weiter ich auseinandergehe desto größer werden diese Druckkräfte und desto länger werden auch diese diese horizontalen Pfeile hier als Verdeutlichung das ist nichts anderes als ein Kraftvektor also je länger der Pfeil desto größer die Auflagerkraft während die vertikalen Pfeile gleich bleiben ja die Summe der vertikalen Kräfte entspricht der Kraft die ich da oben hatte und sie werden wie sie hier schon sehen arbeiten mit so einer Kraftzerlegung in so Dreiecke hier ja die nämlich der Richtung entsprechen entsprechen und so kann ich sogar grafisch die Kraft berechnen jetzt schon und je weiter das auseinander geht desto größer oder desto flacher wird dieses Dreieck desto größer werden diese Druckkräfte bis ich an einem Wendepunkt bin sozusagen nämlich beim Balken aber auch da kann ich eigentlich sowas ähnliches rein interpretieren wie ein ganz boah ein ganz flaches Dreieck kann ich so bauen dann habe ich ein reines Druck beanspruchtes System wenn sie sich äh vorstellen gemauerte Bögen zum Beispiel ja das ist alles wunderbar solang es ein Kreisbogen ist je flacher so ein gemauerter Bogen ist desto größer werden die Horizontalkräfte und das war irgendwann dann auch nicht mehr darstellbar reinmauerwerksmäßig und im Stahlbetonbau irgendwann wird die Stützweite so groß dass die Druckkräfte alleine so nicht mehr klarkommen und dann muss ich das ganze quasi teilen und sagen ich gehe einfach etwas steiler rein dann muss ich meine Kraft wieder hoch hängen durch den Bügel und dann kann ich die Kraft wieder diagonal ableiten und dann bin ich wieder bei den orangenen Elementen bei den Stahlbügeln die im Stahlbetonbau eingesetzt werden wenn die Decke nicht mehr oder der Balken nicht mehr in der Lage ist die Querkraft die da entsteht aufzunehmen also wenn es zu flach wird wenn es nicht mehr funktioniert in der Decke zum Beispiel in der Stahlbetondecke wenn sie schon mal auf der Baustelle waren wenn eine Stahlbetondecke betoniert wird haben sie in der Regel keine Bügel drin das heißt in der Stahlbetondecke schaffen sie die Ableitung der Druckkräfte eigentlich über so ein System und wenn es symmetrisch ist ist das Charmante daran dass dann dass sie hier unten wieder durch ein Zugband durch die Bewährung die hier unten drin liegt diese nach außen strebenden Kräfte die ich hier oben habe diese Horizontalkräfte wenn ich dazwischen ein Seil spannen würde ja zwischen hier und hier wenn ich da ein Seil baue dann schließe ich die kurz ja dann halten die sich gegenseitig und das mache ich im Bereich der Stahlbetondecke zum Beispiel deswegen liegt unten auch Bewährung drin um diese Zugkräfte aufzunehmen die aus Biegung aus der Biegung resultieren letzten Endes also egal welches Bild sie im Kopf haben es ist immer relativ leicht auch in Grundsysteme letzten Endes wieder gedanklich als Modell aufzuteilen so und dann hängt das Ding nach unten durch dann ersetze ich die Druck durch die Zugkraft dann könnte ich hier im Prinzip auch Seile anordnen ja dann wird das immer steiler sozusagen bis ich beim reinen Zugstab bin das kann dann ein Seil sein und dann habe ich eigentlich alle Formen der axial beanspruchten Systeme auch aufgelistet und jetzt ist wieder ihre kreative Entscheidung was baue ich denn jetzt das bezieht sich auf die Bauaufgabe wie soll der Raum die Kubertur gestaltet werden Möchte ich so ein Zugstabsystem haben kann ich zum Beispiel auch hier so einen Kurzschluss realisieren das kann ich im Dachbereich zum Beispiel mit Holz sogar machen ja dann macht es die Sache wieder leichter weil ich die die horizontalen Auflagerkräfte nicht mehr habe ja also das System hier werden wir eins zu eins wieder sehen wenn wir über Spachendächer sprechen das ist nichts anderes als Gelenk 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 und ein Zugstab in der Mitte das kann die Stahlbetondecke sein das kann ein Holzbalken sein und dieser Zugstab schließt diese horizontalen Kräfte kurz ich brauche sie nicht mehr also es ist überschaubar würde ich mal sagen man muss nur in der Lage sein sozusagen die die Einzelsysteme raus zu sehen zu erkennen oder zu definieren und dann ist man eigentlich schon sehr weit gekommen so ein letzter Blick nochmal auf die auf die Magie von Seilen also wenn sie sich ein Seil vorstellen dass sie zwischen zwei ihren zwei Fingern einfach so locker durchhängen lassen ja dann wird sich diese Parabelform herausbilden automatisch ja sie halten ein Seil locker zwischen ihren zwei Händen und die einzige Kraft die in dem Moment auftritt ist die ist das Eigengewicht des Seils die führt dazu dass ich diese Parabelform habe wenn sie jetzt mit einem Schwung in der Lage wären mit einem Faden funktioniert das nicht und drehen das quasi schwungartig nach oben dann erhalten sie diesen Druckbogen das ist ein Tragelement das finden sie zum Beispiel über vielen Talbrücken also weit gespannte Brückenkonstruktionen benutzen gern diese Druckbogenform weil das Nette daran ist dass ich hier reine Druckkräfte habe ja da wo ich unten im Seilsystem reine Zugkräfte habe wenn ich die gleiche Form nach oben umdrehe habe ich reine Druckkräfte das ist sehr charmant dadurch sind sehr filigrane Konstruktionen möglich und die Brücke geht dann so weiter dass ich einen Brücken Oberbau habe die muss ich vielleicht dann hier noch abstützen auf diesem Druckbogen hat dann hier wenn jetzt hier die die Talform ist oder das zu überbrückende Tal hat man hier vielleicht normale Auflager normale Stützen und so entsteht eine Brücke letzten Endes auch wieder ein Teilsystem dieser Druckbogen natürlich muss ich mich dann im Detail damit beschäftigen weil ich habe ja keine Streckenlast mehr im eigentlichen Sinne sondern ich habe ja hier große Lasten die auf diesen Druckbogen einwirken also punktuelle Krafteinleitung und wenn ich wenn ich jetzt sage ich habe eigentlich hier punktuelle Kräfte die hier angreifen dann würde sich ein Seil nicht so als Parabel ausbilden sondern dann würde ein Seil jeweils an den Stellen einen Knick machen ja und dann hätte ich wieder nur Normalkräfte eigentlich müsste dann so eine Bogenbrücke diese Funktion oder diese wie heißt das dieses Aussehen haben diese Form haben aber die sieht nicht so schön aus deswegen sagt man okay komm machen wir auch noch das Eigengewicht machen wir da die Parabel draus und dann habe ich auch noch ein bisschen Biegung durch diese anderen durch die andere Kurve die andere Form und dann wird es natürlich kompliziert dann sagt man was ist denn wenn der Lkw hier steht und nicht auf der anderen Seite wie überlagert sich das mit Wind und Schwingungen können Schwingungen auftreten und wenn wir hier von einer von einer Spannweite reden von 200-300 Metern dann ist auch die spannende Frage zu stellen wie baue ich das denn überhaupt und das sind dann die spannenden Fragen die rund ums Thema Brückenbau auch auftreten aber die kleine Teil der kleine teilstatische Aspekt dieses Druckbogens der steckt eigentlich hinter der Idee hier und jetzt kann ich das natürlich auch flacher spannen ja ich kann natürlich auch sagen der ich habe ein kurzes Seil das verbiegt sich oder verformt sich so das kann ich auch nach oben klappen und dann sind wir bei dem gleichen Prinzip was wir hier oben auch schon hatten je flacher dann der Durchhang ist desto größer sind die Zugkräfte an diesem Seil also auch da wie gesagt das einfache im komplizierten finden ist dann eigentlich so der kreative Prozess hier nochmal dargestellt auch als Bogen Funktion letzten Endes genau das gleiche was wir oben auch schon mal gesehen haben und dann gibt es noch und das ist so das letzte Kapitel vor der nächsten Pause die wir dann machen bevor wir dann in die Bauphysik gehen der große Bereich der sogenannten ungerichteten Systeme also zweiachsig gespannte Systeme zweiachsig deswegen weil die Last in zwei Richtungen abgetragen wird und ein typischer Vertreter davon ist so eine Decken Deckenplatte wie sie hier sehen und auch da werden sie im Massivbau noch drüber sprechen wenn sie zum Beispiel eine Deckenplatte haben die an den Rändern hier aufgelagert ist und sie drücken in die Mitte rein dann werden die Ecken hochkommen ja die werden sich automatisch hochheben hier in der Mitte wird es unten bleiben jetzt könnte ich wenn ich jetzt sage okay das ist eigentlich ist das nicht mehr diskret zu lösen also sozusagen mathematisch eindeutig zu lösen ich muss es schrittweise lösen aber ich kann es ja vereinfachen ich könnte ja zum Beispiel sagen okay ich schneide jetzt hier einen Balken raus ich schneide da einen Balken raus wenn die Seitenverhältnisse gleich sind kann ich sagen okay die Hälfte der Last geht über das über das orangene System die andere Hälfte geht über das grüne System und ich bemesse jetzt einen Balken ja und in der Mitte ist sicherlich die kritischste Stelle vielleicht ja und wenn ich dann jeden jeden jedes Segment sozusagen meiner Platte genauso ausbilde wie das mittlere Segment dann wird die Platte funktionieren die wird halten ja sie haben viel zu viel Bewährungsstahl drin da sind wir uns auch einig also unwirtschaftlich aber es wird funktionieren und das ist sozusagen der andere Bereich ich kann über die Diagonalen gehen ich kann über die senkrechten Stellen gehen das ist dann etwas was sie im Massivbau dann untersuchen werden und mehr gibt es nicht ja aus den Elementen wie gesagt können sie alles zusammensetzen was sie so kennen im Bereich Tragwechslehre es gibt ein paar Exoten wie Membrantragwerke und so weiter aber das ist sicherlich jenseits des Bachelor Niveaus das können sie dann wenn sie noch die Neigung verspüren zur Statik und zum konstruktiven im Master dann entsprechend vertiefen also wir werden das ein bisschen mit reinnehmen ins Bauprojekt indem sie die statischen Systeme die Grundelemente finden sollen sie sollen nicht das Haus bemessen um Gottes Willen sondern sie sollen erstmal die Grundelemente finden und sich eine Vorstellung machen wie würde denn der Lastabtrag funktionieren von oben nach unten das werden wir mit ihnen mal besprechen so das war der zweite Streich und der letzte für Baukonstruktion für heute erstmal gibt es Fragen dazu auch anschließend das